Wir sind hier auf dem Beach Polo World Cup Julius Baer auf Sylt und haben hier die World Cup Winner hier vor uns aus dem Kronhaus, einer der renommetesten Polospieler in Deutschland. Der hat den ersten Platz hier gewonnen, endlich, und ein Hamburger von Kirschke. Wie fühlt ihr euch? Gut. Es war anstrengend, gegen die jungen Wilden uns durchzusetzen, aber Sylt ist immer ein Erlebnis, gerade das Beach, das Publikum, die Insel ist toll. Und es war wirklich schön, nach einer langen Zeit von zwei Jahren, wo wir nicht spielen konnten, endlich wieder spielen zu können und das auch noch mit einem Sieg zu krönen. Dem Dritten, ja, das war sehr schön. Der dritte Sieg, hast du schon dreimal das Turnier gewonnen? Mit ihm zusammen. Großartig, ihr seid ein eingespieltes Team. Super, super. Das ist der dritte Mal, dass wir in der Reihe gewonnen haben. Und er hat gesagt, wir spielen ein junges Team, das war super hart, aber das Weekend war großartig. Das Wetter hat alles. Great. Aber das Jahr hier ist großartig. We can't wait to come back. Great, great, great. You play normally in Hamburg also or in Bremen? I play everywhere in Germany, wherever they call you. Yeah, wherever they call me. Fantastic. But I love the front, we play a lot together. Okay, wonderful. What do you do if you don't play polo? We think about polo. You think about, you dream about polo. We train, we train for polo. Dream about polo, we just breathe polo. What's your next project, where you play next tournament? We play in Asper, next to Hamburg, medium goal championship and then the Boeferer Heiko in Asper. Wonderful. Next year again, here's the Bish Polo? Yes, of course. Wonderful. Julius Baer, a fantastic sponsor, very, very, very proud to have them here, long years already. After 10 years, yeah, would be about time. Yeah, well, it's fantastic. It's a hard competition, though. The other teams were very strong. Which was the most important competitor for you? Which team was the strongest for you? I would say the second game that we played yesterday against... What was the... Mousy Mobile. Mousy Mobile, yeah. They were great. It was our toughest game. But I don't know, we had a bit of luck also. Wonderful. Thank you so much for having you here. Thank you, thank you from Nani Global Polo Television. Thank you. Thank you. Bye.